Willkommen zu Zurück zu Willkommen zurück zu Let's play together Minecraft Pocket Edition Ich hatte den gerade nur falsch rum Oh Gott Das ist ein kleiner Feil Wieso sage ich das so lang? Keine Ahnung Er hat lang gesagt Mann Marco lacht nicht immer Das sind voll die unlustigen Witze Ich habe nicht gelacht Ich habe nur blöd getan Also wie immer Da brauchst du nicht blöd tun Aha Ja manchmal lache ich echt so wie ein Schwein Da grunzt sich echt mal Nein Du doch nicht Ich habe ja gerade gesagt Manchmal grunzt sich so Ja manchmal lache ich dann so Wenn ich sehr lachen muss Also Bestimmt schreibt ihr dann in die Kommentare Das mag ich sehen Da muss ich die ganze Zeit Wieso mache ich die ganze Zeit Musik Und wieso sind die Steine hier weg? Und wieso bist du disconnected? Was? Ich würde sagen Danach nehmen wir eine Folge Call of Mini Zombies 2 auf Jaa Dann können wir die Man hättest es halt laufen lassen Dann hätten wir halt bei 20 gestoppt Ja ja Oh da sind ein Flieger Creepy Du bist creepy Du bist hier gescheunt Ja ich bin da Ich bin irgendwo gescheunt Wo bin ich hier? Keine Ahnung Wo bin ich? Wo bin ich? Oh am FB Einfach zwei Minuten dazu denken Ähm Oh nein Oh das heißt oh nein Nicht oh nein Die oh nein Wird jeden Tag Von Bleim Zu disconnected Ja ich weiß Ich bin los Was Was wollte ich jetzt Nein Sag Ähm Alter wenn jetzt meine ganzen Sachen weg sind Äh gerade war nichts mehr in meinem Inventar Ah Ja mein Äh das Schleim In meinem Äh Hals Was Oh da ist ein Wieso sind da keine Fackeln? Glatt Ich hab da doch Fackeln hingekommen Das ist von mir Also das ist mein Das ist mein Teil Äh Ich will deinen Teil ja nicht sehen Ja so hab ich jetzt nicht gemeint Das ist mein Teil Äh Was? Fail Ihr müsst euch die Folge von Manu anhören Ähm Ich soll jetzt das Zeug nicht Ihr müsst euch die Folge von Manu echt anschauen Das ist so Buggy Bug Bug Buggy 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 Das ist mein Tunnel Das ist ein Buggy 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 Mein Tunnel Das ist ein Buggy Ein Buggy Buggy Ein Buggy Buggy Bugger mich nicht an Bugger Bugger Buggy Oh da ist nochmal Eis Eisen Hä bei mir auf der Einhälfte da ist irgendwie so viel Eisen Eis Ja du bist scheiße Gar nicht Ach Du bist heise Du bist extrem die scheiße Und ganz heise Er heise Er heise Scheiße You are so scheiße Was What the fuck What the fuck Who fucks the water What the fuck Nein Who fucks it Fucks it Wieso sing ich die ganze Zeit Hä Sag mir das Wieso sing ich Weiß ich nicht Weil du nicht weißt Was du reden sollst Ja Deswegen sing ich Ich singe Lieder Okay das war jetzt mit Absicht Ja das war's Ich Ja wir müssen ein bisschen lauter reden Also ich rede da schon extra Ja Oh nein What the fuck Was verletzt mich Weiß nicht Dein Gesicht Ja Mann wer hat dich schon mal gesehen Und zwar freiwillig Weiß nicht Alle aus meiner Klasse Alle aus meiner Klasse Ja Alle aus meiner Klasse Ich hab keine Klasse Doch so hast du Ich bin kein Lehrer Doch Nein Dein Gesicht ist kein Lehrer Ja ich weiß Ach Aber es ist ein Lehrer Mein Gesicht ist kein Lehrer Aber Mein Gesicht ist ein Lehrer Und dein Hirn ist leerer Nein das geht nicht Weil ich hab keinen Herrn Entschuldigung Was Das wusste ich nicht Jetzt hab ich auch keins Mä 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 Ich glaub mal Wir verätzen hier gerade die eine Folge Ja Sie wird gerade glaube ich nur witzig Ich glaube ich nenne die Behinderte mit Biss Ja Nennen sie Oh ich hab Kohle gefunden Nennen sie Oh ich hab Kohle gefunden Nein Behinderte mit Biss Let's play together Minecraft Pocket Edition Die Behinderte mit Biss Bei mir ist es irgendeine andere Folge Folge Ja bei dir ist es Nummer Mit ner Zahl Folge 11 Oder 12 Oder so Oh Gott hier ist Kohle Ich hab Kohle gefunden Alter what the fuck Hast du mit dir los Ich hab Kohle gefunden Was ist mit dir los Los Mit wem Was ist mit mir los Ja keine Ahnung Deswegen frag ich dich ja Ja weil ich weiß Das sind auf dem Eimer meine Fackeln weg gewesen Weil das war mein Abteil Nein Ich bin in meinem Ich bin hier in meinem Da hatte ich vorhin keine Ich hab nur welche Oh noch mal Kohle Die hab ich eh Und Eisen Warum kam bei mir immer Kohle und Steak vor Steak und Kohle Steak Erz Ich hab nur noch mehr Noch mehr Steak Erz Ja Sagen wir wir teilen das gerecht auf Nein Okay aber wir geben Nein Manu wir machen ja dann eh noch ne Bank Machen wir es so wie in meiner Stadt Aber wir geben es uns gegenseitig Machen wir es so wie in meiner Stadt Welt Dann sag doch das nicht um Let's Play Warum ich frag doch gerade euch Nee das Nee ich frag jetzt einfach mal die Zuschauer Wollt ihr dass Kohle und Eisen Und so ähm Gold und Diamanten Als ne Währung wird So hab ich es in meiner Stadt Welt Aber Also halt wir So machen wir es immer Wenn wir so Ähm privat spielen Mit unserem Cousin dann auch ne Also Da haben wir es dann immer als Währung Ihr könnt ja entscheiden Ob wir es so machen sollen Rein in die Kommentare Ja das muss ja behindert Du musst auch mal was sprechen Ähm Ja äh Wart 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 Wieso kann ich nicht auf meinen Ofen zugreifen Weil der dich nicht mag Weil der dich nicht mag Du hast mich Du hast mich Ja der Ofen Gib mir mal Gib mir mal dein Eisen Dann brenn ich gleich mit Nein Das mach ich zu Hause Also bei mir Ah Im Haus Ah Wirst du jetzt ganz behindert Du darfst gerne behindert werden Weil Unsere Folge heißt er Behinderte mit Biss Behinderte mit Biss Oh mein goodness Alter das gibt's doch nicht Quiddertitel Oh der Feuerlutscher ist schon wieder disconnected Ja das leckt bei mir voll Hier ist eine scheiße Wer leckt dich voll Hallo Wer leckt dich Du Nein Kannst mich mal Gott sei Dank lecke ich dich nicht Ich bin dein Bruder Warum sollt ihr dich auch lecken Das ist mein Buba 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 Wieso machen wir das Keine Ahnung Ich bin ein Knopf Baa Und Biss haben Baa Manu Manu Weil wir behindert sind Manu Weil wir behindert sind Buuu Wir sind schon wieder bei 8 Minuten Manu Weil wir behindert sind Buuu Nein bei 10 Ja meine ich ja Manu Weil wir behindert sind Buuu Biss Äh mit Biss Buuu Baa 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 Verlangte Scheiße Wieso Baa 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 Ich hab ein Arschloch Ich hab ein Arschloch Sagen wir Bin ich schon wieder Disconnected Ja Ich bin Arschloch Und hab ein Arschloch Ja was wollte ich machen Ähm Arschloch Teilen wir uns das Zeug auf Untereinander Ja Okay Ich hab ja eh nur 19 Ja dann können wir uns nämlich beide einen Brustpanzer machen Brustpanzer Ja die Brustpanzer Wir sind schon wieder bei 11 Minuten Wir können ja diesmal auch Überstunden machen Überstunden Können ja diesmal länger machen Aber nicht länger als 15 Minuten Ja ich weiß Firecatcher IP Joint the game Firecatcher Firecatcher IP Ja Mann Direkt danach Oh my goodness Ja dann würde ich mal sagen Für das Äh das war's für die Folge hier Ja mit dem ganzen Disconnected Und dann wieder her Es legt voll auf Ja gleich Beende ich Diese Folge Für dieses Mal Ich mag erst noch Wir schauen ob hier echt überall Fackeln sind Und dann Beende ich diese Scheiß Folge Das ist mich gerade voll angesputzt Und zwar wird das mit einem schönen Äh Joint the game Beendet Ja Dann joint halt mal Ja er ist joint Manu ich hab ne Fackel an dein Haus gemacht Und Straßenlattieren Straßenfackeln Äh ja so eins Ich hab die Straßenfackeln Und dann würde ich mal sagen Manu ich würde nichts aus dem Äh Nix Bums Also aus dem Ofen nehmen Soll ich dir sagen Warum Mhm Weil Die Weil dein Minecraft abstürzt Sobald du es aus dem Ofen nehmen magst Schon wieder Ja es stürzt dann immer ab Okay dann Ciao und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Together Hallo Minecraft Pocket Edition Also tschüss Das ist ja so ein bisschen Sobald du es aus dem